Das Dorf Bagnatta Fata in Mali, 150 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Bamako, am Rande der Sahelzone. Nach alter Tradition versammelt man sich hier unter dem Arbre de Palavre, dem Palaverbaum. In der Mitte sitzt Dembele Birama, der 100-Jährige. Als Bauer beobachtet er die Jahreszeiten genau. Er ist Zeuge des Klimawandels. Wer es heute wie früher macht, hat am Ende nichts, sagt der kleine kluge Mann. Früher gab es eine klare Regel. Sieben Monate und sieben Tage nach der Ernte wurde gesät. Er erinnert sich nicht daran, dass es je eine so kurze Regenzeit gab, wie in diesem Jahr, und dass es jemals im November so heiß und trocken war. Und er weiß nicht, wie es weitergeht. Sorgt sich um die Ernte im nächsten Jahr. Dörfer wie Bagnatta Fata tragen nichts zum Klimawandel bei. Doch die Folgen haben sie allein zu tragen. Die jungen Leute verlassen das Dorf, weil es nicht genügend zu essen gibt. Die Alten bleiben hier, weil sie in den Städten keine Versorgung haben. Die Jungen gehen, aber die Probleme bleiben hier. In vielen Ländern der Erde ist die kleinbäuerliche Landwirtschaft die tragende Säule der Nahrungsmittelversorgung. Wie hier in Mali ist sie regional angepasst und umweltverträglich. Mit einfachen Methoden wie dem Hackebeil. Und hier gefährdet der Klimawandel die Existenz der Menschen durch die Verschiebung und Verkürzung der Regen- und Trockenzeiten. Hinzu kommen die Wetterextreme, denen die Menschen hier schutzlos ausgeliefert sind. Hitze und Starkregen, die den fruchtbaren Boden fortspülen und die Saat vernichten. Die zuständigen Behörden in Bamako registrieren den Klimawandel und die Auswirkungen am schnellsten. Wir verlieren jedes Jahr tonnenweise fruchtbaren Mutterboden durch heißen Wind und Starkregen, sagt Dr. Alamir Touré von der regierungsnahen Agentur für Umwelt. Die Wüste breitet sich aus. Ein nationaler Plan mit 60 Maßnahmen wurde für die Bevölkerung entwickelt. Wir erklären den Bauern, wie sie die Niederschläge besser halten können, indem sie die Felder einebenen und quer zur Hanglage flügen. Doch nicht immer treffen die Agrarfachkräfte auf aufgeschlossene Dorfälteste wie Dembele, um die traditionellen Methoden zu verbessern. Wir können mit den neuen Methoden 2 Millionen Hektar Land besser nutzen, haben aber erst 30 Prozent der Möglichkeiten ausgeschöpft. Die internationale Gemeinschaft muss Ländern wie Mali helfen, mit den Folgen des Klimawandels zu überleben. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft ist das Rückgrat zur Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln. Die Anbaumethoden sind ökologisch und regional angepasst. Durch den Klimawandel ist die Landwirtschaft in Gefahr. Die Klimakonferenz von Durban hat keinen Durchbruch zu einem neuen verbindlichen Klimaabkommen gebracht. Die Zeit läuft. Wird die Erderwärmung nicht gestoppt, wird die Wüste in Ländern wie Mali weiter vordringen. Dann wird Dembele's Befürchtung wahr und noch mehr Junge werden das Dorf verlassen, um anderswo ihr Glück zu suchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017